Hier präsentieren wir die 5 beste beschichtete Bratpfanne. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. WMF Permatur Excellent Bratpfanne. Torsten, Panning und auch Schalt entdecken Sie die leichten Aluminium-Gusspfannen mit haltbarer Permatur-Antihaft-Beschichtung aus der WMF Permatur-Serie und auch überzeugt auf eigene Faust der sehr guten Leistung und auch eine einfache Handhabung der Pfannen. Die Oberfläche der Option Alleen 20, 24 oder 28 cm Durchmesserstil und das Angebot der Bratpfannen macht was auch immer, ob Sie knuspriges Gemüse, Schweißzwiebeln oder frischen Spargelzeigertanz in der Pfanne vorbereiten wollen. Oder ganz genau, wie etwa gemütlich, köstlich Beduftung Kaiserschmarrn? Die Geschichte T-Permatur Antihaft-Entbearbeitung ist beständig gegen Lebensmittelsäuren und auch sehr widerstandsfähig. Nummer 4. Brösele Eleganz Pfannenzeht Brösele Bratpfannen aus hochwertigem Edelstahl mit Antihaft-Finisch-Schwarz konstruiert Seed. Das Seed besteht aus zwei Bratpfannen mit einer Größe von 20 cm und auch 28 cm. Im freien knusprig, zarten sowie saftig im Innen. In der Pfanne mit Antihaft-Versiegelung können Sie jedes Stück Fleisch braten oder sogar geschnetzeltes, ob Rind, Schwein oder Kalb, auf den Faktor genau. Zusätzlich frittierte Kartoffeln oder Rösti werden knusprig und auch tan gleichmäßig auf allen Seiten. Die Edelstahlbasis mit Aluminiumkern führt die Wärme schnell und gleichmäßig auch. Die großen Antihaft-Eigenschaften machen Ei-Rezepte und Fisch-Rezepte einfach zuzubereiten. Die Antihaft-Beschichtung ist speziell robust und hitzebeständig, daher dauerhaft Genuss garantiert beim Kochen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Zwilling 66.299-286-0-Madura plus Bratpfanne 28 cm. Qualität erfüllt italienischen Stil. Die Bratpfanne-Körper ist aus stabilem, gebaut Aluminium. Daher sicher, dass sowohl eine große Wärmeleitung zu machen und auch eine homogene warme Auflage bis zur Seite. Der Unterputz auf der Oberseite der Pfannegriff ist ergonomisch geformt und erwärmt sich auch nicht auf. Die Serie Zwilling Madura Plus ist für alle Wärmequellen geeignet. Duras Lede Granit enthält hervorragende Antihaft-Eigenschaften mit hohen Brecheisen und auch Abrittbeständigkeit. Herstellung Duras Lede Granite beschichteten Bratpfannen unglaublich widerstandsfähig. Vielen Dank an das Titan-Harte Grundierung. Die Antihaft-Wirkung wird für eine lange Zeit auch bei starker Belastung der Pfanne zurückgehalten. Nummer 2. BK Energy Bratpfanne Aluminium Antihaft 28 cm. Low-Kost und ausgezeichnet das BK kann beides tun. Obwohl sie sehr leicht ist, ist sie groß und stabil in der Hand. Im Kochtest überzeugte sie und landete auch mit zu beginnen. Unabhängig von allem war es nicht annähernd genug für die Prüfung Sieg, da die Beschichtung statt Durchschnitt in dieser Pfanne nicht auch warm braten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Tefal E 43506 Jimmy Oliver Pfanne. Für eine ausgezeichnete Braten der globalen Größe 28 cm verschieben müssen Sie keine Menge Geld investieren. Für uns, nachdem die wesentliche Prüfung von 11 Pfannen des Tefal E 43506 Jimmy Oliver ist der beste Allrounder, sowohl für die ambitionierten Köche zusammen mit für Tag-zu-Tag-Gebrauch in der Familie. Der Jimmy Oliver ist in hohen, kräftiger Qualität sowie hat eine Antihaft-Beschichtung für fettarmen oder fettfreie Zubereitung von Speisen und Braten gemacht. Mit dem Schlag-Tropf-Seite kann ohne Verschütten auf einer Platte geladen werden. Die kümmern sich ist rutschfest und liegt wunderbar in der Hand. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.